Willkommen zurück bei The Walking Dead, Episode 4, Season 2. Es nähert sich langsam, aber sicher dem Ende. Und Kenny ist irgendwie voll durch. Mit dem gibt es bestimmt noch einige Probleme. Aber wir gucken jetzt erstmal, wie es weitergeht. Jane ist im Moment noch die Vernünftigste, finde ich. Kenny ist voll durch. Ich weiß nicht, vor der Wiedersehensfreude hat sich das jetzt ziemlich schnell wieder gewandelt. Du hast etwas, um dich selbst zu schützen? Ich habe das. Du denkst nicht, dass ich... Ich weiß nicht, aber du musst es nahe halten. Komm schon, Clem. Ich kenne noch Kenny. Der ist von einem Extrem ins andere. Das ist meistens so bei ihm. Das habe ich bei Lee auch schon nicht verstanden in der ersten Staffel. Ich habe es nicht verstanden. 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 Und du musst wissen, dass du deine Freunde finden... Das ist ein Schuss in der Nacht. Ich habe es schon gesehen. Ich habe es schon gesehen. Und, naja, oft ist es besser zu sein. Ich weiß, dass du das, was ich spreche. Du willst nicht hier sein, wenn sie sich auf einen anderen starten. Sie sind nicht schlechte Leute. Aber es gab Probleme vorher. Ich glaube, ich nicht immer mit dem sie sagen oder sagen. Ich auch nicht. Also bin ich. Schau mal Kenny. Ich weiß gar nicht, wo er zu beginnen ist. Und Rebekka... Situation ist nicht besser. Du hast genug Menschen verletzt, und alles, was du hast, sind die Entscheidungen verletzt. Rebekka hat nur Angst vor ihr Baby. Ich meine, wirst du nicht? Ich würde nicht ein Kind in dieser Welt bringen. Und wie du gesagt hast, es ist sie Baby. Nicht ich, oder ich. Da hat sie nicht Unrecht. Und dann, warum hast du mich mit dir gebracht? Ich versuche dir nur die Tools, die du brauchst, um es zu machen. Wie dein Jacket. Es sieht warm, aber ein Walker wird direkt durch das. Ich habe eine gute Leitere. Ich wünsche mir noch eine gute Leitere. Ich wünsche mir noch eine gute Leitere. Ich wünsche mir noch eine gute Leitere. Du kannst es... Was... was passiert mit deinem Freund? Du bist eine gute Leitere? Haha. Es scheint, dass wir immer noch über die Ende sprechen wollen, nicht wahr? Du wißt du, als eine große Leitere ist... Du wißt du, als eine große Leitere ist... Es ist lustig. Ich bin sehr leicht. Es ist lustig. Du wißt du, als sie sie schnauern. Du wißt du, als sie ihre Leitere. Mach sie eine schnauze. Mach sie eine schlechte Leitere. Mach sie eine schlechte Leitere. Mach sie eine schlechte Leitere. Auf der Grund. Nein, nein. Es ist nicht alles schlecht. Aber... Was konnte ich machen? Sie dachte ich, dass ich sie beste Freundin war. Aber ich kann nicht gehen. Unpunished. Hm. Every Sommer, wir gehen in dieses Amusement Park in Virginia. Aber die beste Sache war nicht die Leitere. Es war, dass niemand uns da kennen. Und ich... Ich versuchte, dass wir nicht so sind. Just... Freunde. Oh, was haben wir jetzt gefunden? Aber diese Walkers haben ein paar gute Sachen. Sie sind nur Walkers. Warum haben sie nichts? Well, ziemlich recentemente waren sie nicht Walkers. War sie? Schau. Die alten Walkers sind ein Verlustes Zeit. Sie haben Kreditkarte und die alten Pager. Aber diese waren nicht Walkers schon so lange vor. Sie waren Überzeuger. Sie haben mögliche Sachen. Okay. Von Jade kann man schon noch ein bisschen was lernen. Mal sehen, was er hat. Ich schaue das hier. Dann checken wir mal. Oh, ein paar Drohnen. Halt an sie. Ich bin fast schwer zu kommen. Und Dinge werden nicht besser werden. Okay. Führerscheine. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Tja, viel hat er nicht gehabt. Drei ein paar Mal. Das sind gut. Schnauern eine Blühle. Eine Flinz. Anfänger eine Flinz. Jamie hat immer eine in ihr Mund. Ich hatte meine Hande wenn ich in die Hand kam. Ich habe mich in die Handen. Ich kann es nicht zu sehr sicher sein. Hier, mit mir eine Hand. Ja, immer noch mal in den Kopf rein, bevor man die durchsucht. Man will ja nicht angeknabbert werden. Oh, wie ist das? Das war Sarah. Oh. Das ist Luke. Ne, wie heißt das? Nick, Nick war es. Er hat noch den Einschuss in der Schulter. Ja, Nick. Tut mir leid. Au. Doch nicht. Klemm, du weißt doch, wie man. Au. Ah. Das sieht ja fies aus. Ah. Guck dir mal meinen Beil wieder. Danke. Guck. Wah. Wah. Es ist alles gut. Es ist fertig. Wenn es zu sein ist, wenn Luke oder Sarah oder jemanden muss, dass du dich aufbauen musst, musst du dich bereit sein. Keine Wunderschöne. Ja, das steckt echt leicht fest. So, ich bin mal gespannt. Wer ist denn da noch mit dir drin? Okay, dann sehen wir uns mal um. Oh, hier sind noch so viele Walker. Geh an. Na gut. Ich bin ja nicht an den Kopf rangekommen, verdammt. Ah, jetzt. Schönes Arbeit. Du weißt, was du machst. Jetzt schau dir das. Ich habe eine schöne kleine Addition in deinem Arsenaal. Ah ja. Na gut. Umkicken ist auch noch eine Option. Gute Lehrerin, Jane. Von der kann man echt gut was lernen. Ja. Boah. Aha. Gut dann. Probieren wir mal, die erstmal zu entfernen. Lass mich los. Jetzt du, mein Kumpel. Wie wir es gelernt haben gerade. So. Klappt gut, Jane. Oh, das sind zu viele, da müssen wir... ...Walkers. Sie sehen etwas über etwas. Und was hat das Interesse der Tod? Menschen. Wie können wir in den? Wenn wir genug Ruhe machen, können wir die Walkers hier reduzieren. Dann können wir einfach über den anderen Trailer gehen und zu deinen Freunden. Was denkst du davon? Ich meine, ich mache es einfach, als ich weitergehe. Sollte man vielleicht nicht erstmal testen, ob die Türen offen sind? Ja, es sieht ziemlich stark aus. Was machst du denn? Warum hast du das gemacht? Das hat nicht so gut geholfen. Da müssen wir wohl noch etwas rabiater vorgehen. Eine Hupe. Kein Schlüssel drin. Verdammt. Also geht die Hupe auch nicht. Was? Die Hupe geht? Okay. Was ist denn los mit denen? Man muss die ganze Zeit hupen. Aber wie? Muss man irgendwas drauflegen? Was schweres? Mal gucken, ob hier irgendwo was rumliegt. Kann man nicht vielleicht Zombie drauflegen? Was denkst du? Wenn wir ihn auf dem Horn legen, wird er weiterhelfen und die Walkers schreien. Wie wie Moth zu einem Flamme. Gib mir eine Hand. Sehr gut. Zyklamm. Ja, ja, ja. Rein damit. Du kannst hier nicht bleiben. Das funktioniert. Okay. So, jetzt müssen wir dann durch die Tür da, durch die Wohnwagentür und dann auf die andere Seite. Dann können wir hinter denen vorbeigehen, hoffentlich. Ohne dass sie uns bemerken. Let's go. Oh, das ist nur eine. Oh, hinter mir. Hinter mir. Haha. Funktioniert gut. Was ist denn jetzt los? Och nö. Wie ist denn der Zombie jetzt da weggekommen? Try something else. Ja. Oh, Gott. Let's go, Jane. Puh. So, aber wie es weitergeht, sehen wir leider erst in der nächsten Folge. Bis dann. Untertitelung. Vielen Dank.